Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzung in dem Thema Hamageddon. Ich möchte euch gerne einen Überblick zeigen, so wie ich die letzte 70. Jahrwoche mir vorstelle und wie ich die Fristen einordne. Da machen wir gleich so einen schnellen Überblick mal zu. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Bislang bin ich auch davon ausgegangen, dass in Hamageddon eine Schlacht stattfindet. Die der Antichrist für sich entscheidet. Also der König des Nordens, der auf dem Weg nach Süden war, der in Nordafrika seinen Siegesfeldzug gegen den König des Südens durchgeführt hat, in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und der dort einen siegreichen Feldzug unternimmt, weil ihm das gelingt, was dem antiken Antiochus Epiphanes nicht gelungen ist, nämlich dem war nicht gelungen, Ägypten zu erobern. Das wird der endzeitliche Antiochus Epiphanes, der König des Nordens oder der Antichrist, der wird das schaffen. Und auf diesem Feldzug hört er Gerüchte, und zwar von Morgen und von Mitternacht, also von Osten und von Norden. Und man steht in Daniel 11,44, und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seinen Palast aufschlagen zwischen zwei Meeren um den Werten Heiligenberg, bis es mit ihm ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen. Diese Verse sind sehr, sehr interessant, und aus denen habe ich geschlossen, bislang, dass der Antichrist diese Schlacht in Hamageddon gewinnen wird, weil die Gerüchte, die er hört, oder dieses Geschrei, was er hört, von Osten und von Norden, das ist, wenn der Neo-Assyrer, also praktisch das endzeitliche Pendant zum antiken Kyros, wenn der nach Süden zieht und die Stadt Damaskus zerstört und dem Erdboden gleich macht, Jesaja 17. Der lagert sich dann in Hamageddon, in dieser großen Ebene, und der Antichrist, der hört davon, das ist das Geschrei, was ihn erschreckt von Morgen und von Mitternacht, und dann lenkt er sich um und zieht wieder nach Norden rauf, auch nach Hamageddon, auch in diese große Ebene. Da sagt Daniel, und er wird mit großem Grimm ausziehen, viele zu vertilgen, nämlich die Heere der Könige vom Euphrat. Daniel sagt dann auch, er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren. Zwischen welchen zwei Meeren denn? Naja, zwischen dem Mittelmeer und dem Meer Genezareth, dem galiläischen Meer. Im Deutschen heißt das See Genezareth, aber im griechischen und auch im amerikanischen oder im englischen ist das so, da wird der See Genezareth als Meer beschrieben. Und was ist zwischen diesen beiden Meeren, zwischen dem Mittelmeer und dem galiläischen Meer? Da liegt die Ebene Hamageddon. Dort wird er sein Gezelt aufschlagen. Zum ersten Mal, ja. Und ich bin bislang davon ausgegangen, dass der Antichrist, weil er auch als kleines Rohr angezeichnet wird, in Daniel und bis zum Ende bleibt und am Ende dann von Jesus Christus, der vom Himmel herabkommt, dann auch gerichtet wird, das ist Daniel 7 und Daniel 8, dass der Antichrist diese Schlacht, in Anführungsstrichen, für sich gewinnt. Das war eine Schlussfolgerung, die ich gezogen habe. Mittlerweile bin ich da einer anderen Auffassung. Ich glaube, dass dort keine Schlacht stattfindet. Das zeige ich euch gleich. Ich glaube, dass er sich trifft mit dem Neo-Assyrer in Hamageddon, weil hier steht, er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren und dass beide gegeneinander kämpfen wollen. Aber dieser Kampf wird unterbrochen durch etwas sehr, sehr Großes, ein sehr, sehr großes Ereignis, etwas sehr Besonderes, nämlich durch die Entrückung. Die Entrückung wird geschehen, so wie Paulus sagt, dass die, die verstorben sind, die, die entschlafen sind, die wird zuerst auferstehen und werden dann mit uns zusammen und wir mit ihnen entrückt in Wolken dem Herrn entgegen und werden bei ihm sein alle Zeit. Diese Entrückung der Gemeinde Jesu, die betrifft natürlich die ganze Welt. Auf der ganzen Welt werden Menschen auferstehen, aus den Gräbern kommen, ja, auch die beiden Zeugen in Jerusalem, die in der Mitte der Jahrwoche getötet wurden, die werden alle auferstehen, die werden lebendig werden und die werden hingerückt werden in Wolken. Und das sieht der Antichrist und sehen diese beiden Heere da in Hamageddon. Das ist ein großes, ein gigantisches Ereignis. Warum? Weil der Leib Jesu Christi von der Erde aufgenommen wird in Wolken. Und in Offenbarung 11 steht auch stellvertretend für diese Entrückung der ganzen Leibesgemeinde, steht in Offenbarung 11 explizit reduziert auf die beiden Zeugen, auf das Haus David und die Bürger Jerusalems, dass sie auf ihre Füße treten, die lagen ja bislang unbeerdigt auf den Gassen der großen Stadt, auf den Gassen der Stadt Jerusalem, dass die auf ihre Füße treten, auferstehen und entrückt werden und ihre Feinde sahen sie. Das heißt, die, die dort in Hamageddon zwischen zwei Meeren angerückt sind, um eine Schlacht auszuüben, die sehen, wie die entrückt werden. Die sehen überall, da wird ja aus Jordanien und aus Syrien und aus Ägypten und überall werden Christen aus den letzten zwei Jahrtausenden, die werden plötzlich auferstehen und werden hinaufgerückt in den Himmel. Und das sehen die. Das Ereignis ist so groß, dass diese Schlacht ausfällt und dass die gemeinsam dann nach Jerusalem raufziehen ins Tal Josaphat und dort gerichtet werden vom Herrn, wenn er vom Himmel kommt. Dann tritt das ein, was auch in Daniel 7 und Daniel 8 steht. Der Antichrist bleibt bis zum Schluss, also er wird weder verlieren noch gewinnen in der Schlacht von Hamageddon, sondern beide zusammen ziehen rauf nach Jerusalem ins Tal Josaphat werden versammelt vor Jerusalem von Gott. Christus kommt vom Himmel herab und besiegt alle, dieses ganze Heer und auch den Antichristen, auch das kleine Horn, auch den König des Nordens. Denn in Daniel 11,45 steht, dass er sein Gezelt aufschlagen wird, nicht nur zwischen zwei Meeren, sondern da steht, er wird dem Palast eines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren, Punkt 1 in Hamageddon, und um den Wertenheiligen Berg. Das ist ein zweites Lager, was er aufschlägt. Er zieht von Hamageddon rauf an den Wertenheiligen Berg, an den Berg Zion und wird dort sein Ende finden. Wenn man den Vers jetzt noch mal so liest, dann dürfen wir sagen, er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren, Punkt 1, und um den Wertenheiligen Berg, Punkt 2, vor Jerusalem wird er stehen. Alle zusammen, dieses riesige Heer Antichrist und diese Assyrer Könige ziehen gemeinsam rauf nach Jerusalem, um dort die Stadt Jerusalem endgültig zu vernichten. Und dann kommt Jesus Christus wieder und wird sein Reich aufrichten. Und so steht dann auch hier, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. In anderen Propheten, und die schauen wir uns auch noch mal an, da steht auch, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere Häuser einbricht, dann werden wir ihnen sieben Hirten und acht Fürsten wieder sie stellen. Da ist die Rede davon, dass Assyrien ins Land fällt, und zwar ins Land Israel, nicht nach Damaskus. Und ich denke, es gibt noch weitere Stellen auch davon. Und ich glaube, dass es dann rund wird, wenn man das so sieht. Es ist tatsächlich so, dass in der Offenbarung nur davon geschrieben steht, dass in Hamageddon die Könige gesammelt werden. Aber es steht nichts von der Schlacht. Also ihr seht, ich muss mich da auch korrigieren. Ihr seht, ihr seid doch langsam so auf Augenhöhe mit dem, was ich bisher aus der Bibel sehe. Es ist so, als ob wir bislang so mit so einer Tunnelbahn in den Tunnel reingefahren sind. Das war alles sehr bequem, übergelegte Gleise. Und man fährt immer tiefer und gräbt immer weiter in diesen Bergwerk der Heiligen Schrift. Und jetzt sind wir ganz vorne am Tunnelende angelangt. Da ist es ein bisschen schwieriger, da muss man gucken, da gibt es keine Gleise mehr, da muss man vielleicht aussteigen aus und zu und weiter nach vorne laufen bis ans Ende des Tunnels. Da, wo abgebaut wird, da ist alles nicht mehr so luxuriös wie bisher, sondern da gibt es auch Punkte, wo auch ich mich korrigieren muss. Ich tue das auch gerne. Es geht darum, dass Gottes Wort wahr ist. Und hier muss ich mich korrigieren, dahingehend, dass meiner Meinung nach in Hamageddon keine Schlacht stattfindet, sondern dass die Könige dort gesammelt werden. Und dann wird auch verständlich, warum in Daniel 11, 45 steht, dass er den Palast seines Gezeltes aufschlägt, zwischen zwei Meeren und um den Werten Heiligenberg. Das sind zwei Lager, die dort aufgeschlagen werden. Jetzt schauen wir uns mal diese zeitliche Abfolge an, so wie ich sie sehe, im Kurzdurchgang. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Ja, also das sind die 70 Jahrwochen, die kennen wir ja schon. Das wäre praktisch die letzte Jahrwoche, die noch fehlt, nachdem die ersten 69 Wochen schon abgelaufen sind und die ersten sieben Wochen bei Kyros geendet haben und die darauffolgenden 62 Wochen bei Antiochus Epiphanes. Ich habe das hier mal ganz vereinfacht dargestellt, um jetzt nicht zu viel abzulenken von dem, was wir hier behandeln wollen. Dann haben wir hier die letzte 70. Jahrwoche, die ist in Grau dargestellt und die zoomen wir uns mal ein bisschen ran. Die sieht dann so aus, weil um diese Zeit geht es uns. Diese 70. Jahrwoche liegt noch in der Zukunft. Gibt es einige Clips drüber, kann ich jetzt nicht im Detail erklären, warum. Aber wer sich diese Playlist anschaut mit den 70 Jahrwochen, der wird das dort finden. Die 70. Jahrwoche ist unterteilt in zwei Hälften. Erste Hälfte, zweite Hälfte. Die erste Hälfte dauert exakt 1260 Tage. Könnt ihr mal Offenbarung 11 und Offenbarung 12 untersuchen drauf. Und die zweite Hälfte, die dauert ungefähr dreieinhalb Jahre. Also diese Zeit wird beschrieben mit 42 Monaten oder eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder wird auch umschrieben mit dreieinhalb Tagen, sodass das nur ungefähr dreieinhalb Jahre sind. Warum? Weil am Ende dieser zweiten Hälfte, wie wir gleich sehen, sehr, sehr viele Ereignisse eintreten, die da alle zusammenkommen. Und deswegen wird, wenn über die zweite Hälfte der Jahrwoche geschrieben wird, das immer so überschlägig mit 42 Monaten oder dreieinhalb Zeiten beschrieben wird, also nicht taggenau. Die 70. Jahrwoche fängt an mit der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist der bestimmte Tag, an dem Jerusalem belagert wird. Und mit diesem Ereignis beginnt die 70. Jahrwoche. Viele sagen, die 70. Jahrwoche beginnt mit dem Bundesschluss des Antichristen mit Israel. Da gibt es auch schon ein Geklips zu, das ist in Daniel 9, Vers 27. Da steht natürlich, dass das Bündnis zwischen dem Antichristen und den vielen eine Woche dauert. Aber damit ist nicht gesagt, mit welchem Ereignis diese 70. Jahrwoche beginnt. Also das Ereignis für die 70. Jahrwoche ist die Wiedergeburt Jerusalems. Dann weisagen dort 1260 Tage das Haus David und die Bürger Jerusalems. Und in der Mitte der Jahrwoche kommt der Antichrist, ein zweites Mal nach Jerusalem raufgezogen, bricht dann in die Stadt, erobert die Stadt, tötet die beiden Zeugen und setzt sich dort als Gott ein, wie Paulus in 2. Thessalonischer 2, Vers 2 auch schreibt. Daniel spricht jetzt für die zweite Hälfte der Jahrwoche. Das hat auch seinen ganz bestimmten Sinn, warum das die zweite Hälfte der Jahrwoche ist. Daniel spricht jetzt von 1290 Tagen und 1335 Tagen. Und in Daniel steht auch nochmal von 2300 Abenden und Morgen. Diese Abende und Morgen beziehen sich auf das Abend- und Morgenopfer und weil an jedem Tag ein Abend- und ein Morgenopfer gebracht wird, muss man diese 2300 durch zwei teilen und dann kommt man auf 1150 Tage. Und die habe ich mal hier hinten angeordnet, weil nach Ablauf dieser Zeit der Tempel wieder geweiht werden soll. Das ist das, was in Daniel gesagt ist. Das schauen wir uns mal kurz an, hier in Daniel 8. Da steht in Vers 13, Ich hörte aber einen heiligen Reden und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange soll doch während solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer zertreten werden. Und er sprach zu mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Also man sieht, am Ende dieser 2300 Abende und Morgen wird das Heiligtum wieder geweiht. Auch interessant, die Fristen bis zur Neueinweihung des Tempels werden nicht in profanen Tagen gemessen, sondern in Anzahl der Opfer, die ausfallen. Diese 1150 Tage sind rund 38 Monate. Also fehlen dann noch vier Monate, bis man auf die 42 Monate kommt. Und die vier Monate habe ich mal hier vorne angeordnet, weil die hier hinten nicht reinpassen, weil dann der Tempel schon wieder geweiht ist. Und zwar gehe ich hier von einem physischen Tempel aus in Jerusalem, eigentlich dem vierten Tempel, dem Hesekiel-Tempel. Dieser Tempel, der wird dann beginnen für das tausendjährige Reich. Und weil hier der Übergang ist zum tausendjährigen Reich, deswegen habe ich diese fehlenden vier Monate hier vorne angeordnet. Und dann gab es schon mal ein Video, was sich mit den Posaunengerichten beschäftigt hat. Und innerhalb dieser Posaunengerichte gibt es eine fünfte Posaune, der fünfte Engel, der Posaunte und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Da wird eine sehr finstere Zeit beschrieben, wo aus dem Rauch, der aus dem Abgrund heraufkommt, Heuschrecken auf die Erde kommen, giftige Heuschrecken, die wie Skorpione Macht haben. Eine ganz finstere Zeit, die da anbricht. Und diese Zeit, die dauert fünf Monate lang. Diese fünf Monate, die werden zweimal im Text erwähnt. Einmal in Vers 5 und einmal in Vers 10. Diese Zeit, die hier beschrieben wird, die ordne ich dieser Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem zu. Diese Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem, die beginnt in der Mitte der Jahrwoche, nämlich dann, wenn der Antichrist die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems getötet hat, dort dann eingesetzt wird und göttlich verehrt wird und dann auch wieder wegzieht und das Tier aus dem Land, dieser falsche Prophet, in Jerusalem bleibt und dort seine Schreckensherrschaft, seine okkulte Schreckensherrschaft aufrichtet. Das ist der Gipfel des Okkultismus und der Finsternis, die jemals in der Weltgeschichte stattgefunden haben und die, so wie Jesus sagt, noch niemals gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Diese Zeit wird aber verkürzt und zwar auf fünf Monate. Diese Zeit dauert nicht die komplette zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, sondern die wird verkürzt auf fünf Monate wegen eines ganz bestimmten Ereignisses und zwar kommt dann der König des Südens, da gibt es auch ein Video, drüber kann ich jetzt auch hier nicht im Detail erklären, sonst wird es einfach zu lang. Der kommt von Ägypten rauf und nimmt Jerusalem ein. Damit ist die Herrschaft des falschen Propheten unterbrochen. Das ist diese verkürzte Zeit. Der Antichrist hört dann davon, zieht von Damaskus dann runter. Da befinden wir uns dann in der zweiten Hälfte der Jahrwoche und zwar nach Ablauf dieser fünf Monate. Der Antichrist kommt dann von Damaskus runter nach Jerusalem und erobert Jerusalem für sich zurück, zieht aber weiter nach Süden und erobert auch Ägypten und damit gelingt ihm dann das, was dem antiken Antichrist Epiphanes nicht gelang. Diese fünf Monate, die hier beschrieben werden in der fünften Posaune, die setzt sich hier vorne an und zwar ab Mitte der 70. Jahrwoche. Aber dann haben wir hier eine Überschneidung. Das passt also da nicht zusammen, weil das ja nur vier Monate waren, die hier vorne fehlten und dann schieben wir einfach diese 2300 Abende und Morgen so weit nach links, dass beide direkt aufeinander folgen. Dann sieht das alles so aus, es rückt dann alles etwas nach hinten und endet dann hier am Tag 1300. Warum? Weil diese fünf Monate hier vorne 150 Tage sind und das addiert mit den 1150 Tagen von dieser Frist macht zusammen 1300 Tage. Nach 1300 Tagen wird der Tempel wieder geweiht werden. Jetzt haben wir also hier hinten drei verschiedene Zeitpunkte. Einmal den Tag 1290, dann den Tag 1300, an dem der Tempel geweiht wird und nochmal einen Tag 1335. An diesem Tag 1335 kommt Jesus Christus wieder auf die Erde und da wird diese Schlacht stattfinden, von der wir hier sprechen, diese große Schlacht um Midian oder diese Midianitische Schlacht, wenn man so will, weil im Alten Testament schon mal eine Schlacht stattgefunden hat, die ein prophetisches Vorbild ist auf diese große letzte Endzeitschlacht, die Jesus Christus kämpft um seine Stadt Jerusalem. Davor liegt die Entrückung der Gemeinde und zwar am Tag 1290. Dieser Tag der Entrückung der Gemeinde hat dazu geführt, dass in Hamageddon keine Schlacht stattfindet, sondern dieses Ereignis der Entrückung ist dermaßen gigantisch, dass sich die Könige vom Euphrat und der Antichrist mit seinen Truppen und Königen umdrehen und sagen, was passiert da in Jerusalem, was passiert um uns rum. Überall erstehen Menschen auf aus ihren Gräbern und werden in den Himmel Entrückt und beide zusammen vereinigen sich, um ein letztes Mal gegen Jerusalem zu gehen und Jerusalem, nachdem es mehrfach hier schon belagert wurde und angegriffen und erobert wurde, endgültig dem Erdboden gleich zu machen. Beide ziehen also nach Jerusalem rauf, um die Stadt endgültig zu zerstören. Aber es passiert noch etwas anderes, denn wenn die Gemeinde Jesu entrückt wird, dann werden die, die dort entrückt werden, nicht nur von dem Antichristen und den Königen vom Euphrat gesehen, sondern auch von den vielen, also von den Israeliten, die mit dem Antichristen im Bund sind. Wir erinnern uns da im Standbild, ist ja Ton mit Eisen vermischt. Und dieser Ton, der hält nicht an dem Eisen. Auch wenn sie nach Menschen geblütig vermischen, halten sie doch nicht aneinander. Und diese Israeliten wissen genau, worum es geht. Und die sehen, wie die beiden Zeugen entrückt werden. Stellvertretend stehen hier die beiden Zeugen für die Gemeinde Jesu. Und die erschrecken sich und dann geben die Ehre dem Gott des Himmels, so sagt Offenbarung 11. Aber wenn sie Ehre dem Gott des Himmels geben, dann fallen sie damit natürlich gleichzeitig vom Antichrist ab. Und die wissen dann nicht, wo sie hinfliehen sollen. Und der einzige Zufluchtsort, der ihnen bleibt, sind die Ruinen der Stadt Jerusalem, aus der gerade eben die beiden Zeugen und damit die Gemeinde Jesu Christi entrückt wurde. Die fliehen dann nach Jerusalem, verschanzen sich dort und schreien in großer Not zu Gott. Die tun Buße, die kehren um. Dieses Bußgebet wird in Joel mehrfach berichtet, wo dieses Bußgebet dieser Israeliten in dieser zerstörten Stadt Jerusalem zum Himmel aufsteigt. Ein herzzerreißendes Bußgebet, was da getan wird. Eine tiefe Umkehr zu dem Gott des Himmels. Und diese Umkehr zu dem Gott des Himmels, das ist die Weihe des Tempels. Dann wird der Tempel wieder geweiht werden, und zwar ein physischer Tempel in Jerusalem. Das ist das Fundament des Hesekiel-Tempels. Das Fundament des Hesekiel-Tempels besteht nicht aus Kalksteinen oder Stahlbeton, sondern dieser Tempel wird aufgerichtet auf der tiefen Buße dieses Überrestes des Volkes Israel in der Stadt Jerusalem. Und dieses Bußgebet findet statt am Tag 1300. Dann ist Tempelweihe, dann wird Gott dieses Bußgebet annehmen, und dann ist Israel wieder Gottes Volk. Das ist nach der Entrückung, und das ist der Überrest, aus dem das Tausendjährige Reich dann entstehen wird, wo Jesus Christus weltweit herrscht, mit diesem Überrest aus Israel. Diese Flucht nach Jerusalem und dieses Bußgebet dauert dann rund zehn Tage, nämlich vom Tag 1290 der Entrückung, wo Sie sehen, wie die Gemeinde Jesu entrückt wird, und dann nach Jerusalem rauf fliehen und sich dort verschanzen. Das dauert zehn Tage bis an den Tag 1300, dann ist Tempelweihe. Währenddessen zieht auch der Antichrist und die Könige vom Euphrat nach Jerusalem rauf, hinter ihnen her, um zum letzten Mal diese in ihren Augen aufrührerische und notorisch rebellische Stadt endgültig zu zerstören. Und die sind dann dermaßen verfinstert, auch geistlich verfinstert, dass sie gegen das Lamm kämpfen und gegen Jesus Christus, der dann vom Himmel herabkommt, mit seiner Gemeinde, und zwar am Tag 1335, und dann diese große Schlacht von Midian geschieht, diese midianitische Schlacht, die nicht in der Ebene von Hamageddon ausgefochten wird, sondern in Jerusalem und zwar um den Werten Heiligen Berg, so wie in Daniel 11 steht, dass der Antichrist bei der Belagerung des Werten Heiligen Bergs ums Leben kommt und vernichtet wird. Danach wird Jesus Christus dann sein tausendjähriges Reich aufrichten. Er wird seine Stadt befreien, er wird auf den Ölberg herniederkommen, der Ölberg wird sich teilen, seine Leute aus dem Volk Israel, die werden zwischen diesen zwei Bergen fliehen und Jesus Christus wird mit der Gemeinde dann gegen die Könige der Erde kämpfen, die sich vor Jerusalem versammelt haben. So mal ganz grob der Ablauf dessen, was wir in der zweiten und dritten Folge auch aus den Propheten aus dem Alten Testament noch ein bisschen zusammentragen müssen, aber so hat man zumindest mal einen Überblick über das, wie die letzte 70. Jahrwoche aufgebaut ist und es wird vielleicht auch verständlich, warum für die zweite Hälfte der Jahrwoche nicht exakt 1260 Tage angegeben sind, sondern 3,5 Jahre, 42 Monate, dreieinhalb Zeiten, 1290 Tage, 1335 Tage und wie wir jetzt gesehen haben, wir auch 1300 Tage. Also am Ende der 70. Jahrwoche, da kumulieren so viele unterschiedliche Ereignisse, dass eine taggenaue Frist für die zweite Hälfte der Jahrwoche nicht möglich ist. Soweit mal der erste Überblick über die Abläufe innerhalb der 70. Jahrwoche. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. durchwegs her, Nori, Höchst bis bald, Und gleiche im Vielen Dank.